ARD Text im Auftrag von Funk Na so Du Ratte Ich weiß auch nicht wo das hingehauen wird Ich hatte eh vor jetzt mal was zu säen wo man auch schön Schwartablage machen kann weil ich auch noch Stroh hab Nun kannst du bei Bohnen keine Schwartablage machen Ne Frech Wird alles geexilt Instant INSTANT UAH FLUS Okay Schien Ey Was 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 Ich glaube ich hör grad live Radio Ich hab auf irgendeine Taste gehauen Auf welche denn Das ist das Nein das werde ich machen kann So Ah auf null Nö Hä Das ist ja ganz schön Das man hier quasi Startkapital bekommt Na Also man kann mindestens 200 Euro am Tag einfach so verdienen Oh also man muss halt dann Ah Schön durch die Gegend laufen Ah Ich hör grad richtiges Radio Mit Moderator Mit Sprecher Mit Sprecher Ich hab herausgefunden wie es funktioniert Was wirst denn grad für ein Sender Ich schalt mal durch und guck was es gibt Wie funktioniert es denn Mit 4 Hm? Ich wollt grad ein Tempomat einschalten Ja Ich bin aus dem Sender 4 gekommen Ja Ich bin aus dem Sender 4 gekommen Äh Wenn ich jetzt auf Radio angehe Achso nur im Fahrzeug kann ich das warte Du kannst auch Du kannst auch Du kannst auch Auf 4 drücken Mit Sprecher Ah Online Streams sind nicht durch Ah Loll Das ist in der Tat Online Alter Dacht ich mir auch Und ich weiß es auch wo der Ort nur ist Wo man das einstellen kann Was für ein Online man hört Möchte Echt? Mhm Da kannst du theoretisch Von deinem Lieblingscenter Der hat es So wie So wie ich es schon gesehen habe Bei meinem Vater Nicht beim LS Der hört es Der halt so übers Internetradio Kannst du den Link runterziehen Und dann nimmt der das Kannst du Den live hören Okay Muss ich dir mal ein Video schicken Also ich mach es eh so So nebenher Aber Ich bin halt nicht im LS drin Ja doch Pinsch Das macht jetzt keinen Unterschied Wie ich es Ja Parkplatz Ich möchte hier an den Strand Laterne Guten Morgen Jetzt höre ich Okay das ist fein 24 Stunden Was Musik Klappe W Aber eins habe ich Übermerkt Ich kann das ruhig Ein bisschen lauter machen War Radio So So Das nochmal Nicht das Sondern das hier Ach wir haben noch unseren tollen Kredit Ach der wird irgendwann mal bezahlt V.A. hat die Arbeit erfolgreich beendet So Äh hier Wundfreiheit hat das Schneidwerk Nicht Schau was geht Ich Ich will grad ein Thermomat rein bashen Und drück aus Auf 4 und dann Was Meldung Äh Hm Ich bin hier schon die ganze Zeit gefragt Wie das Wie das Funktionieren soll Ich dachte das wir jetzt nur so ein bisschen gedudelt Da von so Gemaf Bei der Mucke Jetzt muss ich mir mal Inderümer anschauen So Ich kann dir mal einen Link schicken Von dem Video wo das erklärt wurde Wie das funktioniert Ich hoffe ich habe es geliked Ich weiß jetzt wie das liegt Ja Ja Ich muss dir mal lokal nehmen Was ist das through? Wir tun das an Wie gehen wir eine Maschine von 15.000? Nein Geld abzahlen Echt? Jo Echt jetzt Das könnten wir jetzt halt machen, aber stehen wir wieder bei 15.000 Was? Was ist das für ein Lied? Fällt mir der Radiosender, der geht, klar Bats, Manni 1882 Tatsächlich, da labert einer Party-Munke, gute Laune Jetzt geht man ja nicht so an Ja gut, das ist fies Über zu dir Kannst du ja nicht anhören Ähm Ja, aber was für eine Maschine könnte der sich jetzt wirklich lohnen Ich muss das Radio Reiss schalten So, jetzt Ähm Ob ich lohne, könnte sich eine neue Sämaschine Weil? Wobei, ne, ne lohnt sich noch nicht Ne, dann fehlt uns eine Düngerstufe Ne Ja Also, ich wäre ja noch immer für die Vogel, das sagen Wollten wir nicht neu Wollten wir nicht Wählerstädt meinst du? Ja Was hab ich eher Vogel Was hab ich mit Vogel zu sagen? Ähm Vogel und Knot Jaja Wollten wir nicht uns einen neuen Schlepper kaufen? Ich glaube einen Valtra N Warte Wenn der 180 PS hat Ja Also in der hohen, in der höchsten Ausführung Warte, Schlepper Warte Ähm Hä Beitrag Ich bin immer Sick Also die Federstädte macht erst Sinn wenn meine Kühe auch richtig Also wenn wir dann noch ein Güllefass haben Weil? Weil die hier bei der Sämaschine die wir jetzt haben Da kann man ja den Dünger direkt einfüllen Das heißt, da hat man eine Düngerstufe schon automatisch drin Bei der Federstedt kann man keinen Dünger einfüllen Du hast das schon auf Minimal Ja, aber man fehlt uns trotzdem eine Düngerstufe und die merkt man auch nicht Wie viel Dampf hat der? Ah, der Valtra N hat aber zu wenig Ah, ne! Bullshit Also, ein Valtra N mit zweimal Motorverbesserung Mit keiner Farbe Los Verstanden? Keiner Farbe Im Blau Na, na, na Was? Mein Schlepper bewegt sich? Er fängt halt dir an zu mähen So richtig gefährlicher Typ